Ja, guten Morgen liebe YouTube-Freunde. Was läuft da bei Bauerhausen? Ich bin da am Stroh weggeräumen. Habe da noch zwei Wagen beladen mit Stroh und das muss da in die Bühne rauf. Ist ein bisschen arbeitsintensiv und vielleicht halt nicht so rationell und schnell. Flügel-Freunde Flügel-The-O'N Flügel-Weinde Flügel-Weinde Flügel-Leinde Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wie gesagt, ziemlich arbeitsintensiv, geht langsam, muss da jede Balle einzeln rauf führen und an den Kettenzug hängen und hinten in der Bühne stapeln. Aber gestern, ja, fast den ganzen Tag gearbeitet, zuerst musste ich da noch ein Feld freimachen, da war noch altes Heu. Auch wenn ich da alles gebraucht habe, noch Reserven, vielleicht gut dieses Jahr. Ja, und es dauert halt, geht nicht alles so rationell, wie es sein sollte oder müsste, aber es funktioniert. Ja, mit dieser Zange. Und da an der Laufschiene, Laufskatze, da nach hinten geht. Und der Hausi läuft über den Balken. Und da ist hier noch das provisorische Lager. Da habe ich die reingestellt, damit es schneller geht. Die müssen alle auch noch rauf auf die Bühne. Wagenleer. So, jetzt habe ich endlich meine Uhr wieder. Hier in diesem Geschäft, hier in Kirchberg, wurde da die Batterie gewechselt. Dissot Batteriewechsel kostete 50 Franken. Ich muss da schauen, damit der Wecker nicht immer biebst. Da ein bisschen Strom sparen. Ich hoffe, die Batterie hält länger. So, es ist jetzt Viertel vor zwölf, fast. Da geht doch schnell in die Kaffeebahn vor dem Essen. paint.' Owen Arifo. Patika. kommen hier. Wir fahren. ustomedes,uding. vraiment.